Unter der Woche ist es in Las Vegas nicht unüblich, dass man ein Hotel wie das New York, New York oder das Link für einen guten Kurs bekommt. Hier zum Beispiel das Luxor. Das sechstgrößte Hotel der Welt bietet Pyramidenzimmer zu 80 Euro an. Und damit nicht wieder das Gerücht von einer Resort Fee aufkommt, die ist da schon inbegriffen. Ist bei Booking immer so. Dazu passend Kalendertür 6 nochmal ansehen, falls verpasst. Ich bin Christian, USA-Reiseberatung und das hier war Kalendertür Nummer 8. Bis morgen.